Herzlich willkommen bei Novoflex, wo wir Innovation mit Vielseitigkeit verbinden. Heute präsentieren wir stolz unseren ersten Getriebeneiger, den Kopfhoch 2. Die Verbindung von Modularität und Präzision, mit welchen wir unseren Kugelneigern eine eigene Klasse zur Seite stellen. Kugelneiger sind für eine Vielzahl fotografischer Anwendungsfälle ideal geeignet, lassen sich aber überall dort noch schwer einsetzen, wo eine voneinander unabhängige Einstellung der Einstellachsen notwendig ist. Lasst uns gemeinsam entdecken, wie der Kopfhoch 2 eure fotografischen Möglichkeiten erweitern kann. Schauen wir uns die Hauptmerkmale unseres Getriebeneigers des Kopfhoch 2 gemeinsam etwas genauer an. Sein modulare Aufbau ermöglicht eine individuelle Anpassung an eine Vielzahl unterschiedlichster Anforderungen. Mit wenigen Handgriffen können die untere Dreheinheit sowie die obere Kupplung abgenommen oder mit vorhandenem Equipment ersetzt und erweitert werden. Die AK-UNIX-C kompatiblen Profile auf Ober- und Unterseite bieten viel Raum für Zubehör wie Doppelklemmen und Panoramadrehteller. Und das Beste daran, der Kopf lässt sich sowohl für Rechts- als auch Linkshänder mühelos einrichten. Die nullbaren Skalen auf beiden Einstellachsen und die optionalen längeren Feintriebgriffe sorgen für präzise und wiederholbare Ergebnisse. Doch welche fotografischen Herausforderungen löst ein Getriebeneiger eigentlich? Mit seinem beidseitig verbauten Getriebe ermöglicht er eine exakte Kamerapositionierung in zwei voneinander unabhängigen Einstellachsen. Das Nullen der Skalenringe garantiert dabei wiederholgenaues Arbeiten. Und durch die Integration in den Novoflex-Baukasten lässt sich vorhandenes Zubehör nahtlos integrieren. Ein nachhaltiger Begleiter für kreative Projekte. Der modulare Aufbau erlaubt es, den Kopfhoch 2 nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Ob als Teil eines Kits oder einzeln erworben, die Anpassung erfolgt einfach und unkompliziert. Der mitgelieferte Innensechskant genügt oder du nutzt die Werkzeugfreiheit, wenn arka-kompatible Module vorhanden sind. Wo kann der Kopfhoch 2 nun am besten eingesetzt werden? In der Architektur, Produkt- und Makrofotografie, um nur einige Beispiele zu nennen. Selbst für Repro-Aufnahmen eignet er sich perfekt. Die Vielseitigkeit dieses Kopfes ermöglicht die Anpassung an jede Situation. Für wen ist dieser Kopf gedacht? Alle Fotografen, die professionell arbeiten, werden von diesem Werkzeug begeistert sein. Die exakte und wiederholgenaue Positionierung der Kamera, platzsparender Transport und die Weiterverwendung bereits vorhandener Zubehörteile erfüllen die Bedürfnisse anspruchsvoller Fotografen. Besucht jetzt unsere Website, um mehr über den Novoflex Getriebeneiger Kopfhoch 2 zu erfahren. ... ... ...